Der bekannte Familienaktivist Frank Engelin soll seit dem 27.03. in U-Haft sitzen. Meine Meinung zu dem Thema in diesem Video. Welcome to Active News, mein Name ist Michael Langhans, ich bin Videoaktivist und Journalist und dies ist mein Videokanal. Wer meinen Videokanal schon etwas länger verfolgt, der weiß ja, dass ich mit Frank Engelin nicht immer das beste Verhältnis hatte. Weil ich viele seiner Maßnahmen nicht richtig empfinde und teilweise sogar schädigendes Verhalten gesehen habe. Das ändert nichts daran, dass ich natürlich auch heute verpflichtet bin, euch neutral zu informieren. Und die Nachricht, dass Frank Engelin inhaftiert sein soll, ist in der Tat eine sehr spannende Thematik. Was ist also passiert? Und von Rolfs schreibt in verschiedenen Gruppen, heute Morgen am 27.03. erreichten uns von Frank Engelin, Vorstand des Vereins Lichtblick, die Nachricht, dass er von der Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz in Sachsen gerade verhaftet wurde. Und dann geht es weiter mit Vermutungen. Hintergrund soll die Unterstützung von Dave Möbius sein, der bekanntermaßen abgehend ist. Ein entsprechendes Video habe ich ja auch schon veröffentlicht. Nun, das Grundproblem, das ich ja bereits in der Vergangenheit angesprochen habe, auch in meinem Video zum Thema Dave Möbius, ist, dass schlicht und ergreifend eine ganze Menge an Fakten fehlt. Es ist schwierig, etwas einzuschätzen, wenn man nichts hat. Ich weiß ja nicht einmal hundertprozentig, ob es wirklich wegen der Causa Möbius der Frank in U-Haft sitzt. Problem 1 in dem Zusammenhang ist für mich, dass U-Haft, ja nicht nur einen dringenden Tatverdacht bedingt, der würde beim Fall Möbius, nach den wenigen Aspekten, die ich kenne, schon allein daran scheitern, dass selbst wenn man eine Negativauslegung zu Lasten von Frank berücksichtigt, dann allenfalls eine Anstiftung zu einer straflosen Eigenentziehung vorliegen würde, also gar keine Straftat und damit auch kein dringender Tatverdacht und darüber hinaus sowieso die Causa Möbius eine sehr dubiose ist. Ein 14-jähriger, aufwärts, Dave ist 16 oder wird bald 17, kann er selber über seinen Aufenthalt entscheiden, solange nicht wirklich massivste Gefährdungen im Raum stehen, die hier bisher keiner behauptet hat, zumindest mir nicht bekannt. Und damit kann man auf eine solche Beteiligung meiner Meinung nach definitiv keinerlei Maßnahmen stützen. Das zweite wäre, selbst wenn es alles strafbar wäre, stellt sich immer noch die Frage, ob da zwingend am Ende auch eine Haft rauskommt oder eine kleine Beteiligung nicht nur eine Geldstrafe nach sich zieht. Es bleibt aber natürlich dabei, dass es alles spekulativ ist und deshalb finde ich es auch besser, wenn, wie in dem Beitrag angesprochen wird, es lassen, hier zu spekulieren. Wer aber dem Frank was Gutes tun möchte, der kann eine Postkarte schicken an die Justizvollzugsanstalt in Dresden. Der Hintergrund ist der, das ist die einzige Möglichkeit, um mit Gott und der Welt in Kontakt zu treten, nämlich Briefe lesen. Das Ganze wird, da ein Urhaftverfahren, definitiv durch die Staatsanwaltschaft gelesen. Das heißt, es dauert sowieso, bis Kontakte von außen möglich sind. Und diese Kontakte von außen, die tun einem einfach gut. Den Zuspruch kann jeder brauchen, weil diese ersten Tage immer verwirrend sind, auch wenn, schätze ich mal, der Frank da ganz der Profi bleiben wird, der er ist. Was kann man noch tun? Man kann eine kleine Einzahlung zugunsten von Frank vornehmen. Ohne Geld bist du nämlich im Knast gar nichts. Ohne Geld kein Fernseher, kein Privateinkaufen, das ist also vom Essen oder, wie ich nach meiner Nürnberg-Erinnerung sage, von dem Fraß abhängig. Der, ja, die da verabreicht wird. Und auch, um Briefe zurückschreiben zu können, also Kontakt aufzubauen, aufrechtzuerhalten, braucht man Briefmarken. Ja, der oftmals getätigte Tipp, man möge doch Briefmarkenrückkuvert mit hinschicken, verstößt in einigen JVA's definitiv gegen die, ja, Geschäftsbedingungen, hätte ich jetzt fast gesagt, die Hausordnung richtigerweise. Man darf nämlich nichts beipacken, es gibt ja ganz Schlaue, die dann unter die Briefmarken Kokain oder sowas kleben. Deshalb muss man auch hier Geld in die Hand nehmen. Wenn ihr das Ganze machen wollt, schickt an die Landesjustizkasse in Chemnitz, IBAN ist die DE 5687-00-0000-087-0015-00. Mit dem Betreff Frank Engelen, geboren am 24.10.1965, Dresden 1244, einen Geldbetrag. Das wird dem Frank definitiv gut tun und es wird ihm deutlich machen, dass er nicht alleine ist. Das ist aber für mich eben die menschliche Geschichte. Rechtlich kann ich es nicht mehr einschätzen, als das, was ich euch vorhin gesagt habe. Ich hatte ja mehrfach darauf hingewiesen, dass ich gerne mehr Informationen hätte. Es gibt hier keine öffentlich bekannten Beschlüsse, es gibt keine Verfahrensstände. Hat denn Dave endlich einen Anwalt gefunden oder jemand, der seine Rechte wahrnimmt. Denn das wäre auch, wenn hier ein Zusammenhang besteht, selbst da ist es ja leider Gottes unklar, eine Geschichte, die alles zusammen auch zum Vorteil von Frank Engelen berücksichtigt werden müsste. Ich würde davon absehen, wenn ihr in Briefen schreibt, irgendwelche Parolen im Staat sind lauter Betrüger oder sowas zu machen, da kommt ihr nur selber in den Fokus wegen Beleidigung oder irgend so Mist. Deshalb lasst es, das hilft mir Frank nicht. Das Einzige, was ihr aus meiner Sicht gefahrlos schreiben könnt und das müssen auch alle Staatsanwälte dieser Welt zur Kenntnis nehmen, lasst Dave endlich frei. Ich hoffe, das Video hat euch in meiner Sicht der Dinge bekannt gegeben. Wenn ich mehr Informationen erhalte, ich bin da natürlich dran und werde ich natürlich weiter darüber berichten und das auch einschätzen, aus meiner Sicht. Gerade weil ich ja jetzt nicht der beste Kumpel von Frank Engelen bin, glaube ich hier, mir schon eine neutrale Sicht der Dinge kundzutun und wenn es wirklich nur mit dem Fall Dave Möbius zusammenhängt, dann wäre es aus meiner Sicht einer, aus eurer Sicht vielleicht einer von vielen, aber definitiv einer der frechsten Skandale. In diesem Zusammenhang, ich würde mich freuen, wenn ihr mit mir unten in den Kommentaren eure Meinung kundtut, auch eure Sympathien für Frank bekundet. Ich kann die Kommentare ja ausdrucken und dann an Frank senden. Ansonsten natürlich schaut die anderen Videos an, liked sie, kommentiert und vergesst natürlich nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns. Bis dann. Servus.